Seit sechs Jahren ist Daniela Katzenberger nun schon mit ihrem Mann Lukas Cordalis glücklich verheiratet. Doch die 35-Jährige trägt schon seit längerem ihren Ehering nicht mehr. Steckt etwa eine schwere Ehekrise dahinter? In ihrem eigenen Podcast Katze und Cordalis plauderte die Kultblondine nun den Grund für das Ablegen ihres Rings aus. Denn hinter dem Nichttragen steckt gar kein Zwist mit ihrem Mann, sondern vielmehr ein Ereignis mit ihrer Tochter Sophia. Ein Windeln wechseln führte tatsächlich dazu, dass die Katze bis heute ihren Ehering nicht wieder angezogen hat. Sophia hat damals noch in die Windeln gemacht und ich hatte meinen Ehering an, und dann habe ich sie gewickelt und auf dem Ring, der ja wirklich sehr groß war, war diese ganze Kinderkacke verteilt. Daniela vergaß dann auch noch, das Schmuckstück nach dem Wickeln zu säubern und das Ganze fing an zu stinken. Bei einem sehr wichtigen Meeting fiel das Malheur dann schließlich auf. Wir hatten danach ein Meeting mit RTL 2 und ich dachte die ganze Zeit, boah, was stinkt denn hier so? Und dann war der ganze Ring noch voller Kacke, berichtet die Unternehmerin frei heraus. Seitdem liegt der Ring blitzeblank poliert in einer Schatulle.